Hallo meine lieben Kapitalisten, Schmeinschen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Simas, dann in heutigen Videos schauen wir mal an, wie sich mein Dividendenaktiendepot im Februar 2021 geschlagen hat und wie viele Dividende denn nun im Februar herumgekommen sind. Hier wie immer zu Beginn die Bestände meines Portfolios. Das ist an sich noch genau gleich. Wir haben weiterhin 20 Positionen im Portfolio, allerdings habe ich EPR Properties komplett geschlossen. Ich habe jede einzelne Aktie davon verkauft und neu in meinem Depot ist hier, kann man sehen, Innovative Industrial Properties mit einem Anteil von 3,16% in meinem Depot. Wenn dich das genau interessiert, warum es zu diesem Austausch kam, verlinke ich einmal rechts oben hier das Video. Da habe ich die genauen Gründe erklärt, warum ich EPR Properties herausgehauen habe und Innovative Industrial Properties nun neu in mein Portfolio mit aufgenommen habe. Kommen wir auch gleich mal weiter zur Performance. Hier sehen wir die Performance, wie hat sich nun mein Portfolio geschlagen im Februar 2021. Also ich kann wirklich nicht meckern, wir haben 1,9% positiv performt. Also doch wirklich sehr, sehr erfreulich, denn es gab ja viele Nachrichten von einer Korrektur, von einem Crash, geht es jetzt nur los, ja oder nein. Also an meinem mehr oder weniger langweiligen Depot ging dieses Problem komplett vorbei. Ja, positiv geformt, 1,9%, wirklich sehr schön. Insgesamt 2021 schon 8,1, 8,3%, Entschuldigung, Prozent positiv geformt. Also kann ich wirklich nicht meckern. Mein interner Zinsfuß liegt aktuell bei 19,43%, also wirklich auch sehr, sehr stark. Schauen wir uns nun mal die Wertpapiere genau im Detail an. Da sind wir auch schon und ich möchte einmal anfangen mit meiner neuen Position, mit Innovative Industrial Properties. Hier habe ich die Position das erste Mal gekauft, zu einem Preis von je 186 US-Dollar und 33 US-Cent. Aktuell ist hier ein kleiner Abschwung drin, allerdings ist es natürlich für mich ganz attraktiv, als Dividendeninvestor hier eventuell nochmal günstiger nachzukaufen, um dementsprechend dann mehr Dividendenrendite hier herauszuholen. Wenn dich genau interessiert, wer oder was Innovative Industrial Properties ist, habe ich auch einmal eine kurze Unternehmensanalyse durchgeführt. Die werde ich jetzt hier auch einmal mit rechts oben im Eck mit verlinken. Aktuell haben wir hier ganz oben an der Spitze immer noch Lame Research mit knappen 240% positiv performt, inklusive der Dividenden. Das ist wirklich sehr, sehr stark und wie man auch hier sieht, hinten dran Apple auf Position 2 und Microsoft. Also die Tech-Aktien bei mir sowie auch bei vielen anderen geben hier den Ton an, was die Positiv Performance angeht. Also wirklich sehr, sehr gut und Schlusslicht weiterhin Walgreens Boots Alliance. Allerdings jetzt auch nicht so super schlimm, denn das hält sich hier alles ein bisschen auf. Die Stimmung nur noch minus 9,9% und das inkludiert der Dividende. Also kann ich jetzt aktuell auch nicht wirklich weiter meckern. Und jetzt schauen wir uns mal genauer an, wie viel Dividende nun im Februar 2021 in meinem Portfolio herumkamen. Da sind wir auch schon im Portfolio. Ich gehe einmal hier auf die Monatsstatistik. Hier sehen wir die Dividenden im Detail. Ich zeige es einmal an. Also wir haben im Jahr 2021 ganze 35,34 Euro im Februar ausgeschüttet bekommen an Dividenden. Namentlich waren das AppV, Apple, Clorox, Mainstreet Capital, Procter & Gamble und Realty Income. Das sind ungefähr 6 Euro mehr als im Februar 2020. Hier gab es natürlich eine neue Position. Mainstreet Capital hat nun das erste Mal im Februar für mich ausgeschüttet. Die anderen haben ein bisschen Dividende erhöht. Ja, aktuell ist der US-Dollar- und Euro-Kurs noch nicht so zu meinem Gunsten. Allerdings ist da jetzt auch aktuell eine kleine Besserung zu sehen. Und ja, das soll es ja auch schon mal gewesen sein von diesem kurzen Depot-Update. Wie immer ganz kurz knackige Informationen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr gerne ein Like da. Da würde ich mich wirklich sehr freuen. Und wenn du neu auf diesen Kanal gestoßen bist, lass mir doch ein Abonnement da. Ich freue mich wirklich über jedes einzelne Abo. Und ja, es wäre natürlich klasse, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest und ich dich begrüßen kann. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und bis demnächst.